Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Wann immer Sie euch dieses kurze Video-Tutorial zum Thema Forumsbeiträge zusammenfassen, sehen und hören. Sie sehen, ich befinde mich auf der Moodle-Instanz, auf der Lernplattform Moodle der Fachhochschule Burgenland. Prinzipiell ist das bei allen Moodle-Instanzen gleich. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie ganz einfach die Forumsbeiträge, die Sie jetzt einzeln womöglich per Mail bekommen, sich einmalig täglich zusammenfassen können. Dazu klicken Sie auf Ihren Namen für Profil. Sie wählen Einstellungen und hier können Sie nun einiges zu Ihrem Profil einstellen. Wenn Sie die Forumsbeiträge zusammenfassen wollen, das ist ja nun unser Ziel, klicken Sie hier im Bereich Nutzerkonto auf Forum einstellen. E-Mail-Zusammenfassung und hier sehen Sie, bei mir ist jetzt einzeln aktiviert. Wenn Sie nun wählen, vollständig, dann bekommen Sie täglich eine E-Mail mit allen Forumsbeiträgen. Das heißt, die E-Mail-Flut wird reduziert und es reicht, wenn Sie es einmal bekommen. Wenn das für Sie passt, klicken Sie ganz einfach auf Änderungen speichern. So einfach ist das und wir haben die E-Mail-Flut reduziert. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hilft Ihnen, ein wenig jetzt Ihre E-Mails unter Kontrolle zu halten.